Servus Freunde, wir sind die Asis mit Terz und ihr schaut GinoTV auf jeden Fall. Das geht raus an unseren Bruder Gino. Früher Mainz, mittlerweile Mallorca. Warum? Am 15.6. kommt sein Videoblog Back to the Boots und das geht auf jeden Fall raus an dich Bruder. Wir wünschen dir mit ganz ganz viel Erfolg und ja vielleicht sind wir dann auch irgendwann mit am Start. In diesem Sinne eine gute Zeit und eine gute WM-Zeit. Viele Grüße nach Spanien, Bruder. Tschau. Peace.